Herzlich Willkommen und Gude bei dem neuen Format auf dem Glas. Ich bin der Karl Gladeck. Ja, Wein muss schmecken. Ich habe auch ein sensationelles Wissen, was er hat. Aber ich trinke Wein, ob man schmeckt oder nicht schmeckt. So egal, was er kostet. Aber der ist schon richtig, richtig gut auf dem Aldinger. Na gut, den kenne ich schon ewig lang. Ja, also böse Zungen behaupten, hier fängt Weißweintrinken an. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, was deutscher Wein mittlerweile kann oder was deutscher Weißwein kann.